Es lag eine Menge Brisanz in diesem Nachholspiel des dritten Spieltags in der Oberliga Hamburg. Die TUS Dassendorf brauchte einen Sieg, um am TSV Sazil dran zu bleiben. BU hatte sogar die Möglichkeit, Dassendorf mit einem Dreier zu überholen. Und genauso begannen die Gastgeber traditionell in Gelb und Blau. Das ist Hathat gegen zwei mit der Eingabe. Lenz klärt genau vor die Füße von Arnold, Höhling und der bescherte Barmbeck-Uhlenhorst die Führung. Das erste Saisontor für Höhling. Die Freude dementsprechend beim Neuzugang vom NTSV Strand aus der Oberliga Schleswig-Holstein. 1 zu 0 nach elf Minuten und das ist die zwölfte Spielminute. Negele hatte im Rückraum alle Zeit der Welt, sich die Kugel zurechtzulegen. Und da lässt er sich nicht zweimal bitten. Pascal Negele schon seine vierte Saison bei der TUS. Letzte Saison mit einem Treffer in 26 Spielen. Jetzt hat er nach fünf Spieltagen schon zwei. Er erzielte ja das erste Dassendorfer Saisontor gegen Meindorf. Meindorf, BU mit einer Horrorbilanz gegen Dassendorf. Im November 2014 hatten sie zuletzt gegen die TUS gewonnen. Seitdem nur ein Punkt aus neun Spielen. Sie arbeiteten auf Hochtouren, um diese Statistik aufzuhübschen. Und Dassendorf, saisonübergreifend seit acht Spielen umgeschlagen. Diese Serie sollte erhalten bleiben. Der Serienmeister von 2013 bis 2018. In den letzten beiden Saisons nur dritter und zweiter. Auch das sollte sich dieses Jahr ändern. Unentschieden zur Pause. Die letzte Niederlage in der Liga von BU stammt von Anfang Mai. Gegen wen? Na klar, gegen Dassendorf. Die Gäste. In Durchgang zwei mit mehr Spielkontrolle. Aber BU setzte immer mal wieder Nadelstiche. 45 Sekunden gerade mal rum. Nach Wiederanpfiff. Das ist Borges, Dschuh und Koczernowski in Co-Produktion. Einen halben Meter über den Kasten von Christian Gruner. Beide Teams mit hochgeklapptem Visier. Beide wollten den Sieg und beide hatten Chancen. Dassendorf wieder mit schönen Grüßen durch den Strafraum. Und dann Sven Möller. Letzte Saison gab es hier ein 4 zu 0 für Dassendorf. Zweimal hieß der Torschütze damals Sven Möller. Freistoß BU. Ein Fall für Eliassad. Eingewechselt mit einem ordentlichen Ausrufezeichen. Da passte viel Gruner im Tor mit einer Parade für die Galerie. 70 Minuten rum und Dassendorf kam über Maximilian Dittrich. Und er durfte marschieren. Und marschieren und schießen ließen sie ihn auch noch. 1 zu 2. Dittrichs drittes Saisontor. Auch er hatte beim 0 zu 4 im letzten Jahr hier getroffen. Er bekam nur Begleitschutz von Barmbeck-Uhlenhorst und bestrafte den Gastgeber prompt. Eine knappe Viertelstunde hatte BU noch Zeit, um zumindest einen Punkt daheim zu behalten. 77. Minute. Und jetzt Vorhang auf für BUs Chris Pfeiffer. Der geht zu Boden und wir bleiben mal bei der Nummer 6. Der wartet kurz. Dann kommt der Pfiff und dann tut es nochmal richtig weh. Unverständnis bei Dassendorf. Die wussten nicht so richtig, warum Schiri Fabian Porsche auf den Punkt zeigte. Ich muss zugeben, ich auch nicht. Abdel, Assis, Hatat sucht sich die richtige Ecke aus. Gruner verladen. Ausgleich. Letzte Saison 18 Treffer und 11 Vorlagen für Hatat. Er trifft nun auch schon zum vierten Mal in dieser noch jungen Spielzeit. Dassendorf hatte wieder etwas zu korrigieren und Hinze hatte ordentlich Dampf im Kessel. Was für ein Geschoss aus 25 Metern. Aber überragend, wie Johannes Höcker, Neuzugang von Norderstedt, den noch rauskratzt. Dassendorf wechselte und brachte noch einmal Schwung ins eigene Spiel. Einer der Neuen direkt in Szene gesetzt. Marcel von Weizleben schied mit seiner ganzen Erfahrung und seiner Klasse. 36 Jahre alt. Vier Bundesligaspiele für Hansa Rostock. Der Gesichtsausdruck alles andere als begeistert. Womöglich, weil er 78 Minuten auf der Bank schmoren musste. Dann kam er für Nägele. Sechs Minuten später klingelte es. BU hatte noch eine Möglichkeit. Keeper Johannes Höcker mit vorne drin. Sabas mit dem Kopf. Und dann bekommt Höcker sogar noch mal die Chance. Aber Dassendorf konnte diesen letzten Brand erfolgreich löschen. Kurz darauf war Schluss. In dieser hitzigen Dienstagabendpartie. Ein Hauch von Erleichterung bei TUS-Coach Jean-Pierre Richter. BU blieb nach starker Leistung wieder nur die Erkenntnis, dass man einen richtigen Angstgegner in dieser Liga hat. Im 21. Spiel der 14. Sieg in diesem Duell für die TUS-Dassendorf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.